Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Sims So, was macht ihr, liebe Truder, hier bei mir? Es sind sogar beide? Ach du Scheiße Ja, toll Oh Was mir gerade auffällt Stopp, 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 stopp Hier sind Sachen nicht richtig Okay, jetzt aber Alright, haut bloß ab Wer bist du? Du Bist entweder schwanger Oder einfach Hast zu viel Gewicht Jojo Zock ruhig an meinem Supercomputer, ist okay Kannst ruhig dran zocken Oh oh, was ist los bei uns? Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 Durst Warte, haben wir noch was zum Dings? Ne Fisch und Chips Möchtest du gerne Fisch und Chips? Kommen sie herein in die gute Stube Sagen sie hallo zur guten Stube Sehr schön Die gute Stube ist wieder da Aber ich finde immer noch keine Spülmaschine Wartet mal Da schaue ich jetzt nach Das kann ehrlich sein Spülmaschine In großen Geräten Zack Wir haben eine Spülmaschine So muss das Eine Spülmaschine ist eine tolle Sache Ja, wir sind ganz toll Wir halten uns immer noch für ganz toll Gehen wir wieder nach draußen? Oh Wieso ist er denn jetzt angespannt? Oh nein Äh Duplizide Duplizide So Wie ist er denn? Duplizide Ja Duplizide So, einmal bitte rundum Licht auf unserem Gelände. Dankeschön. Rundum-Sorglos-Paket. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass er jetzt immer draußen ist. Ich finde, das hat auf jeden Fall was sehr Beruhigendes. Ich finde es echt cool. Kommt er auch mal runter, ja? Er ist nicht immer so gestresst. Jetzt ist er konzentriert, ist ja unglaublich. Räum das weg! Und das da auch, das stinkt schon. Wieso kann man denn nur Frische suchen? Muss man das verstehen? Wow, er hat jetzt echt beides gemacht. Baden möchte er noch. Dann bade. Dann bade. Oder auch nicht. Baden? Was ist denn das? Geh mal eben auf Klo. Na, ich hab's nicht schon gedacht. Los! Lauf schnell! Ja! Das ist echt immer das Gleiche mit ihm. Immer das Gleiche mit ihm. So. Um 2 Uhr nachts laufen hier immer noch Menschen rum. Alter, dann dusch doch, wenn dich das so stört. Oh Gott! Mein Gott. Das ist immer das Gleiche. Um 2 Uhr 22 gehen wir noch einmal duschen. Denn das ist sehr wichtig für uns. Für unser Selbstbewusstsein. Eigentlich müsste man schon die Wände so... So, so schön. Ja, wir haben es so gut. Ja, wir haben es so gut. Lalalalalalalalala. So, jetzt geh schlafen. Es ist 2 Uhr. Schlaf. Wenigstens noch ein bisschen. So, es ist artig. Artig machst du das. So. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus, wa? Wir sind konzentriert. Danke, die alle jetzt Gesundheit gesagt haben. Ja, in dem Spiel bist du wohl nicht so gut, wa? Ja. Theoretisch muss er das jetzt fast voll machen hier. Damit er zum nächsten gelingt wird hier. Ah, für seine Speichergrade kriegt er 7 Dollar. Ist irgendwie peinlich. So, es ist gut. All right. Jetzt würde ich plaudern mit Bruno. Wenn du fertig bist. Dankeschön. Hat er gerade Jibiza gesagt? Aha. Okay, wie wär's, wenn du Hunger hast, dann mach dir irgendwas zu essen. Ich fühl mich heute übrigens... Oh, ich mach mal eben das Mikro weiter runter. Ich hab mich ja auch weiter runtergesetzt. Ich habe heute auch irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Zeit Hunger habe. Ist unglaublich schlimm. Das nervt total. Ich finde unsere Küche übrigens sowas von geilomat. Das hab ich euch schon mal gesagt. Dass ich unsere Küche so geil finde. Voll geil finde. Voll geil. Ich finde es auch immer geil, dass er sich immer draußen setzt. So kann man das halt auch machen, Leute. So. Theoretisch könnte ich ja auch die beiden nach draußen stellen. Hört ihr diese Vögel? Wie entspannt. Und in Deutschland. Ist einfach Scheißwetter. Hallo, kommen sie doch herein. Wollen sie irgendwas? Ach so, echt? Soll ich vielleicht noch ein PC anschaffen, nur für dich? Oder reicht dir das? All right. Weißt du was? Okay. Wer muss sich zwingen sonst? Ah. Na dann geh mal in dein kleines Kabuff und schau dir irgendwas an. Oh. Schau bei den Nachbarn, wie hässlich das ist. Das macht vor allen Dingen gar keinen Sinn, so wie die das haben. Ich sehe ein Klo und ich sehe eine Küche. Lol. Hä? Wieso geht das auch? Das wäre lustig. Wenn die oben noch was hätten. Ich habe die perfekte Idee, Leute. Aber man hat ja keine Sonnenliegen, oder? Sonnenliegen. Liegen. Liege. 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 Der wäre mich echt verarschen. Es gibt echt keine Sonnenliegen. Wisst ihr, was ich sonst gebaut hätte? Vielleicht kann ich das ja immer noch machen. So eine Art Rooftop-Chiller-Bereich. Wisst ihr, was ich meine? So auf dem Dach, so eine Art Terrasse? Okay. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.